Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und Willkommen zum Tele-Stammtisch zur Besprechung von Sterne zum Dessert. Ich bin der Stu und heute bei mir an der Tafel sitzt die Lida. Hallo Lida. Na, Appetit. Lida, Gewissensfrage. Dessert, Vorspeise oder Hauptgang, was ist für dich das Highlight eines guten Menüs? Absolutes Dessert. Wirklich? Ja. Ich tue mir ja manchmal damit ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe manchmal so Heißhunger auf was Süßes, dann natürlich Dessert, aber manchmal bin ich dann doch mehr so der herzhafte Typ. Deswegen ist das eine Frage, die ich nur dir gestellt habe und nicht mir, weil ich hätte Probleme, sie zu beantworten. Ich liebe tatsächlich Desserts und überhaupt Patisserie. Also hat der Film mich durchaus auf mehreren Ebenen angesprochen. Ja, dann wollen wir mal gucken, wie genau er dich angesprochen hat und was uns vielleicht nicht angesprochen hat. Kannst du uns eben kurz erklären, worum geht es denn in Sterne zum Dessert? Ja, es ist ein klassisches Biobik, nämlich des besonders für seine Patisserie- und Eiskreationen berühmten Küchenchefs und Patisserie-Weltmeisters Yacid Ichamrahan, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt einigermaßen richtig ausgesprochen, dessen Autobiografie auf Vorlage des Drehbuchs war. Er wuchs in nicht optimalen Umständen in einer Slegefamilie bei seiner instabilen und nicht sehr verantwortungsvollen Mutter und in verschiedenen Heimen auf. Trotz dieser schweren Jugend hat er es aber geschafft, einen Ausbildungsplatz einer Küchenbrigade zu ergattern und schließlich bis nach ganz oben in die Sterneküche und Europas führende Hotels. Und dazu muss man vielleicht für die Leute, die sich damit nicht so befassen, sagen, die meisten hochrangigen Restaurants sind mit Hotels verbunden und da ist er sowohl Berater als auch selbst zugange mit seinem Handwerk. Vielen Dank. Köstliche Essen, die Düste und knisterner Blätterteig, sich in Bächen entließende Schokolade und dergleiche vor Augen gehalten wird. Der Fokus liegt hier doch mehr auf der Interaktion der Menschen. Ja, sehe ich auch so. Also dem Film erzählt auch vom Kochen, aber ihm fehlt dieses Foodporn, dieses Sinnliche, dem fehlt dem Film komplett. Was ich aber tatsächlich gar nicht so schlimm finde, denn so hat der Film mehr Raum für andere Dinge und ich muss aber sagen, auch die kommen zu kurz. Der Film kann man sagen, ist ja in drei Phasen unterteilt. Einmal die Kindheit von Yassid, einmal so die Jugendjahre und einmal eben die, in denen er schon ein ausgewählter Patisserie ist und halt eben, glaube ich, an der Côte d'Azur ist es, arbeitet. Und das läuft relativ, ja, von A nach B nach C. Aber diese Zeitsprünge dazwischen sind sehr groß und der Film schafft es meiner Meinung nach nicht, diese Zeitsprünge wirklich, also mir zu erklären, was da passiert ist. Als Beispiel. Wir erfahren, dass er mit, wie alt ist er da? Acht Jahren bei einer Pflegefamilie lebt, die ihn auch wirklich sehr lieb hat. Dann, nächster Zeitsprung, ist er 16 und ist im Heim, aber er hat noch Kontakt zu der Pflegefamilie und die mögen ihn auch noch immer. Und mir wurde nicht klargemacht, warum ist sie jetzt im Heim? Und solche, ich nenne es mal Leerstellen, solche Lücken hat der Film echt viele. Und die haben dafür gesorgt, dass ich tatsächlich im Narrativ und auch bei der Entwicklung der Figur nicht so richtig hinterherkam. Wie war es bei dir? Ich würde nicht sagen, dass ich Probleme hatte, dahinter jetzt zu kommen, aber ich stimme dir vollkommen zu, dass es da große Lücken gibt. Und auch solche, die sich keinesfalls von selbst erklären, dass man sich ja oft fragt, gerade in seiner Karriere, die ja herstellt von Null an die Spitze geht, Und man sich doch fragt, wie hat er das überhaupt geschafft, insbesondere wie er den Sprung schafft von seiner schulischen Ausbildung in den ersten Platz, in einem dieser sehr begehrten Plätze in einer hochhandigen Küchenbrigade. So wie das wirkt, marschiert er da einfach rein, hat sich offenbar diesen, ja, überhaupt diesen Platz nur erschummelt und ein bisschen erlogen. Und dadurch, dass er sagt, er kennt wohl jemanden, der ihn empfohlen hat, aber dass da das ausreicht, das scheint sehr unwahrscheinlich. Und dass man sich dann auch schon fragt, woher hat er denn seine Fähigkeiten? Wenn ich jetzt einfach hier in eines der spitzen Restaurants Berlins oder ein führendes Hotel-Restaurant reinmarschiere, mit ein bisschen Backerfahrung, die ich mir mal so bei Dr. Edgar angeeignet habe, dann merken die doch in zehn Minuten, dass ich da nicht verfasst bin, schon allein, weil da bestimmte Sprache gesprochen wird, weil man da bestimmte Handgriffe nicht einfach nur beherrschen muss, sondern in einem Wahnsinns-Tempo mit anderen Leuten im Team zusammenarbeiten muss. Also da reicht selbst gute Küchenpraxis nicht für aus. Und wie er das geschafft hat, da von A nach B zu kommen und dann auf einmal im nächsten Luxus-Restaurant landet, man weiß es nicht. Mir fehlte wirklich so eine Art dramaturgische Progression. Also er war halt plötzlich da und konnte es. Und diese Sprünge waren für mich einfach nicht, also die haben mir nicht dazu beigeholfen, dass ich wirklich hinter der Figur stehen konnte. Diese Figur war mir halt auch irgendwann egal, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, er war gut gespielt von, jetzt muss ich dem Namen aufpassen, Riyad Belash, das ist wahrscheinlich falsch, ähm, aber diese Figur wirkt, obwohl sie halt auf einer wahren Geschichte, auf einer wahren, äh, ja, ist ja ein Großmeister mittlerweile, beruht, ähm, wirkte diese Figur für mich niemals so richtig greifbar, halt eben wegen dieser ganzen Lehrstellen. Und das in Kombination damit, dass dieser, dass seine Leidenschaft für dieses Patisserie kam auch nie so richtig durch, fand ich. Das war immer eine Art Behauptung. Du siehst ihn zu Beginn des Films als Kind, wie er, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, er klaut die Sachen beim, beim Lebensmittelladen, sei es drum, äh, sich da irgendwie einen Kuchen zusammenbackt und dann in seiner Vorstellung dieser Kuchen ganz toll ist. Und dann sehen wir, dass, dass die Wahrheit anders aussieht. Und dann, nächster Schnitt ist dann quasi, er ist jetzt 16 und kann es schon super backen und macht in der Kantine seines Heims die beste Creme-Bullet, die es gibt. Und das ist mir irgendwie erzählerisch alles ein bisschen zu unausgegoren. Ja, das ist ein sehr gutes Beistel, auch für den durchaus, ich sag mal, vielversprechenden oder gut gemachten Anfang, der dann aber sofort in diesen entscheidenden Fehler des Films, den wir beide gerade angesprochen haben, abdriftet. Nämlich, dass wir sehen, A, um zu backen oder auch zu kochen, aber insbesondere um zu backen, braucht man Geld. Warum? Man braucht teure Zutaten. Man braucht, um es wirklich gut, wirklich auf einem hohen Level zu machen, viele Zutaten und man braucht, und das kommt im Film überhaupt niemals vor, jede Menge Equipment. Das kostet auch wieder sehr viel Geld. Es nimmt auch Platz ein, wenn man in einer kleinen, engen Wohnung zusammen wohnt und aus der Unterschicht ist, so wie die Familie seiner leiblichen Mutter aussieht, hat man weder Geld noch Platz noch die Zeit, die das in Anspruch nimmt. Natürlich ist er ein Kind, er muss jetzt nicht arbeiten gehen und so weiter, aber wir sehen nie, wie diese Beschränkungen zum Beispiel daraus schon mal einwirken und dadurch verhindern, dass sehr, sehr viele Leute aus seiner Gesellschaftsschicht überhaupt eine Chance haben, da reinzukommen, weil die gar nicht irgendwie üben oder Praxis das machen können oder das überhaupt Raum haben, sich damit zu befassen. Offenbar kommt er dann ja auch in seiner Pflegefamilie etwas damit in Kontakt, dadurch, dass sein, ja, Adoptivbruder sozusagen, also der offenbar leibliche Sohn dieser beiden, dieses Ehepaar ist es, das sich um ihn kümmert, eine Form für Patisserieausbildung oder Küchenausbildung macht, denn der kann ihm Dinge vermitteln, die mehr als nur einfache Kochgrundlagen sind. Wo er jetzt aber zum Beispiel diese Leidenschaft für das Backen kommt oder wie sehr man üben muss und wie oft was schief geht, bevor man dann ansatzweise das hat, was man möchte, das sieht man überhaupt nicht. Oder auch, wo die Grenzen des Zuhause-Machens sind, denn bestimmte Sachen, gerade wie Eisdesserts, kann man nicht einfach so zu Hause machen. Warum? Wenn man auch dafür ein Schockgefriergerät, das kostet mehrere tausend Euro, hat auch eine gewisse Größe und das kann man nicht mal eben einfach so kaufen und sich in die Wohnung stellen. Also das wäre doch eine extreme Ausgabe. Was mich auch ein bisschen gestört hat, muss ich ganz ehrlich sagen, man kennt ja diese, also wir haben es schon oft gesehen in Dokumentationen, Serien oder Spielfilmen, diese Küchenhierarchie in so professionellen Drei-Sterne-Zwei-Sterne-Küchen. Es ist ja ein sehr hartes Regiment und ich finde es immer ein bisschen blöd, dass diese Hierarchie immer so hofiert wird, immer so als einzig wahre, ja, Macht, sag ich mal, dargestellt wird, auch hier in dem Film. Es kommt hier zu Situationen, wo er einen Fehler macht und sofort irgendwie seinen Job verliert. Und irgendwie wird das immer so dargestellt, so, ja, der arme Kerl, aber es wird nie hinterfragt, ist das überhaupt richtig, das so zu machen? Ist diese Hierarchie nicht eigentlich total toxisch? Und das hat mich auch gestört, weil ich diese, ja, diese Verzauberung, diese Hierarchiestruktur irgendwie auch mittlerweile echt satt bin. Ich kann verstehen, dass man, um ein professionelles Restaurant zu leiten, um in der Gastronomie erfolgreich zu sein, eine gewisse Struktur braucht, auch vielleicht eine gewisse Strenge, aber es gibt halt Strenge und es gibt einfach komplett überzogene Hierarchien. Und ich finde halt einfach, dass, so wie es hier dargestellt wird, ist es für mich eine komplett altertümliche, antiquierte, überzogene Hierarchie. Damit liegt es auch vollkommen richtig, diese Hierarchie ist auch vollkommen zurecht in der Exentik, wovon wir aber im Film nicht das Geringste sehen. Da sind wir beim nächsten entscheidenden Marko Manko dieses Films, dass er nämlich zutiefst reaktionär und konservativ ist. Er akzeptiert diese Kirchner Hierarchie nicht nur völlig kritiklos, er kaschiert mutwillig ihre Fehler. Er stellt die Fehler sogar als notwendig, also diese Fehler dieses Konstrukts, diese negativen Aspekte dieser Hierarchie als positive Aspekte. Da tut zum Beispiel so, als ob der Chef, der da mega streng ist, ihn trotzdem noch aufgrund seines Talents fördern würde und dergleichen. Und oft ist eben das Gegenteil. Der Fall ist, dass erneut ihre Machtposition ausbauen und bewusst darauf achten, dass niemand ihn irgendwie den Kosten streitig macht. Und da springen auch noch andere Faktoren rein, auf die ich später noch zu sprechen komme. Aber auch sowas wie, dass man oft sieht in vielen Filmen, nicht nur in diesem, dass einem dann eine Sache runterfällt oder jemandem ein Gericht misslingt, dass man sofort feuert. Natürlich ist das da nicht so. Da würde ein Schätzbuch am Tag zehn Leute feuern, müsste man zehn neue einstellen und einarbeiten. Da hätte man nie ein funktionierendes Team, was arbeiten kann. Also das ist ein völlig verzerrtes Klischee. Und das ist ärgernlich, dass es in einem Film vorkommt, der sich so als Hauptthema mit Küche und Patisserie beschäftigt, in dieser Sterneküche und auf der Biografie von jemandem basiert, der ja da arbeitet, jahrelang und es dann wirklich besser wissen müsste. Ich kann natürlich nicht sagen, dass in der Biografie drin stand oder ob das, was jetzt vermutet, durch den Regisseur oder den Drehbuchautor, dem hinzugefügt wurde. Aber so sind die Sachen natürlich nichts das wert, sodass man da reinkommt mit einem tollen Schob und Kuchen und sofort eingestellt wird. Und ob das einem einmal ein Teller runterfällt und man ist sofort entlassen. Also das ist einfach lächerlich. Ja, es wirkt alles immer so ein bisschen übertrieben. Also wenn er halt dann, sag ich mir, er ist ja eine Zeit lang auch obdachlos, wie wir erfahren, dann hat das immer so was Romantisches. Auf der anderen Seite schafft er es dann innerhalb von drei Minuten irgendwelche anderen Köcher zu überzeugen, dass sie sagen, ihr darfst in einem Hotel in einem Apartment oder in einem Raum wohnen, wo wir beide, glaube ich, erst mal lange für sparen müssten, überhaupt da zwei Nächte zu bekommen. Das beißt sich alles so ein bisschen. Also der Film möchte schon gerne in Anführungszeichen eine wahre Geschichte erzählen. Und die Karriere dieses Mannes ist ja nun auch wirklich real. Aber es wirkt alles immer so ein bisschen doch arg herbeikonzipiert. Und dazu halt eben diese Verfehlung in der Narration und halt eben auch, dass er sich nicht traut, mal ein bisschen kritischer mit diesem Gebiet des Kochens oder der Gastronomie umzugehen, sorgt für mich einfach dafür, dass ich ihn jetzt nicht schlimm fand. Aber es ist halt kein Hochgenuss. Es ist halt so ein Biopic-Sättigungsmittel. Und ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft und muss auch sagen, ich war auch ein bisschen ernüchtert darüber, wie dann auch andere dramaturgische Sachen gehandhabt werden. Und da möchte ich jetzt gerne mal zu seiner leiblichen Mutter kommen. Ich weiß nicht, ob sie krank ist, also psychisch krank, oder ob sie drogensüchtig sein soll. Das war mir nicht so richtig bewusst. Ich glaube wirklich, dass sie psychisch krank ist. Und diese Beziehung zwischen Mutter und Sohn, ich hätte mir gewünscht, dass der Film die mir ein bisschen differenzierter und klarer wiedergibt. Weil am Ende des Films war ich genauso schlau wie davor. Nicht nur das. Wir sehen hier den Faktor, der mich am stärksten gespürt hat. Und da muss ich jetzt wieder etwas weiter ausholen und einen typischen Nieder-Tieraden verpfeilen. Und zwar... Juhu! Ja, ich wünschte, ich hätte dafür so eine Jingle so... Nieder-Tieraden. Nieder-Tieraden-Politik. Also, diese Christian-Welt, diese High Cousine, die Wort Cousine oder Sternen und so weiter, ist extrem geprägt von Sexismus, Rassismus und insbesondere Klassismus. Klassismus ist das vielleicht der stärkste Faktor. Aber ich habe keine falsche Studie gemacht. Und zumindest dieser Faktor ebenso wie der rassistische Faktor, denn er ist ja der marokkanische Abstammel, die müssten ihn irgendwie betreffen. Aber der Film zeigt nicht nur, dass es nicht passiert. Er leugnet, dass es irgendwo existiert. Er wird immer wieder mit seinen Talents gefördert. Es wird sogar betont, dass andere, wo sein Kumpel sagt, oh, dieser Typ, der ist nur weit gekommen, weil er einen reichen Vater hat. Und wenn der gesagt wird, nein, nein, der kann wirklich was. Er hat vielleicht einen reichen Vater. Aber hier geht es nur um Können, als ob das so eine ideale Meritokratie wäre. Da existiert sie noch in der Sterneküche, wo es wirklich nicht darum geht, wo man herkommt, welche irgendwelche Hintergründe man hat oder Mann oder Frau. Alles egal. Hauptsache, das Handwerk stimmt. Und so ist es überhaupt nicht. Was glaubt ihr denn da wohl? Ich glaube, es sind so etwa 97 Prozent der Spitzenkirche sind weiße Männer. Und das ist so ein Zufall oder was, weil Frauen nicht kommen können. Wer macht denn in den meisten Familien die Koch- und Backarbeit? Ja, also es ist ja auffällig, dass solange Corona-Backing eine Versorgungs- und unbezahlte Versorgungstätigkeit ist, solange ist es Frauenarbeit. Aber sobald es ein hochbezahltes Handwerb wird, dann ist es auf einmal nur auf der Männerarbeit. Und dass der Film nicht nur die Existenz von rassistischen Faktoren komplett leugnet und dieses Augsleiger-Märchen erzählt, oh, sogar jemand aus der Unterschicht kann es da gerade Ohr beschaffen, was einem dies nicht stimmt, weil er eine entscheidende Förderung von dieser Pflegeverwirte aus der Mittelschicht hat und damit gar nicht die ganzen Probleme der Unterschicht mit sich hat. Nein, der Film war die Unterschicht mit jedem Zuhlen-Klischee schlecht. Und insbesondere sieht man das an der Figur der Mutter, die so dargestellt wird, als ob sie einfach nur böse wäre. Wir sehen, sie hat bestimmt in der Realität irgendeine Form von russischer Krankheit. Man kann nur eine Form von Ressourcen-Gilz jedem sehen. Sie kann es nicht leicht haben. Sie ist da allein mit zwei Kindern. Man weiß nicht, ob sie französische Staatsbürgerin ist oder woher sie kommt, dass sie ein Hintergrund ist. Sie lebt da allerdings gegen Wohle. Man könnte sich denken, sie muss vielleicht nachher arbeiten, denn wir sehen sie da oft nur pennen. Aber das wird typisch so dargestellt, wenn sie fliegt, dann nicht vielleicht, weil sie tablettenabhängig ist oder psychisch an oder völlig kein Kunde arbeitet, sondern weil sie faul ist und kümmert sich nicht um ihren Sohn und ihr ist alles scheißegal. Und das ist wirklich eines dieser, ja, mehrsarten, negativen Klischees. Nennen wir mal eins draufgesetzt, dass sie da beim Sozialen anoffenbar der wohlmeinenden Sozialarbeiterin hinterhältig was vorbeutet und absichtlich die Schuhe des Sohnes remodiert, damit es so aussieht, als ob sie arm seien. Und da musste ich sowieso ein bisschen in meiner Hand kotzen, trotz des Naked and Essence, das wir an anderer Stelle in den Filmen vorbeutet, dieses Mehr, was die Mittel und Obersicht glauben das ja wirklich. Die glauben ja wirklich, dass es eine ganz große Masse an Sozialarbeiterinern gibt, die eine Sache nur rührend und vorspielen, dass sie arm wären. Und genau das beschädigt, Lisa. Ich finde es halt in der Hinsicht auch ein bisschen problematisch, weil wenn es nur am Anfang des Films wäre, dann könnte ich zumindest sagen, ja, der Film erzählt es aus der Perspektive des Jungen. Aber das bleibt ja nicht so. Ich meine, die Mutter ist ja auch ein Thema, wenn er ein Teenager oder ein junger Erwachsener ist und da verhält es sich ja auch sehr, ja, nicht besonders förderlich, sage ich mal. Und ich hätte gerne mehr über die Beziehung der beiden erfahren. Ich hätte auch mehr erfahren, was die Gründe waren, also ich sage hier nur der Schicksal seines kleinen Bruders. Wo ist der Vater oder der Erzeuger des Jungen, ja? Und nochmal, warum ist der wieder in der Pflegefamilie, nicht in der Pflegefamilie, warum ist der dann wieder im Heim, wenn das mit der Pflegefamilie anscheinend so gut lief? Das sind halt so viele Faktoren, die dafür sorgen, dass ich da im Kino gesessen habe und immer gesagt habe, ich verstehe es gerade irgendwie nicht. Und das ist nicht gerade förderlich, um dann, sage ich mal, wirklich in diese Geschichte einzutauchen oder abzutauchen. Und ja, ich würde jetzt einfach schon mal mein Fazit rausholen, wenn es wirklich okay für dich ist. Also für mich war das kein Unfilm, aber ich wiederhole mich, das ist so ein sättigendes Biopic, aber nicht mehr. Der Film schafft es nicht, die Sinnlichkeit des Kochens irgendwie adäquat rüberzubringen. Und er schafft es auch nicht, diese Lebensgeschichte differenziert, interessant und auch spannend wiederzubringen. Es ist alles so, es fließt so vor sich hin. Also wenn du so willst, kannst du sagen, es ist so Maggi als Film und ich bin kein großer Maggi-Fan. Das wäre meine Meinung zum Film. Jetzt darfst du. Mir ist das Ganze doch, wie gesagt, wesentlich übler aufgestoßen. Ich würde sagen, das Ganze hat sowas von einem McDonald's-Hamburger. Für den einen oder die andere mag es vielleicht appetitlich aussehen, aber man muss nicht besonders clever sein, um zu wissen, dass da dann ein Haufen Scheiße drin ist. Auch wenn es auf den ersten Bissen vielleicht ganz okay schmeckt, spätestens wenn man alles reingewirkt hat, ist einem schlecht davon. Und man hat auch seinem Körper nichts Gutes getan. Und auf intellektueller Ebene ist das so ähnlich mit diesem Film. Er sieht nach außen hin ganz nett aus. Er ist solide gespielt. Er ist handwerklich passabel und patent inszeniert. Aber was uns da messagemäßig in die Suppe sozusagen gekippt wird, das ist wirklich keinste ideologisches Gift. Und davon brauche ich nicht noch mehr. Dann sind wir hiermit durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, TeleStammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Außerdem auf unserer Webseite www.tele-stammtisch.de. Ich sage auf Wiedersehen und bon appétit. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir und die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.